Mein Lieblingsort am Limes ist die Gegend vor meiner Haustür in Weißenburg, weil ich da abends mit dem Fahrrad losstarten kann und teilweise auf geteerten Straßen, teilweise aber auch nur auf Feldwegen wie hier den Limes Verlauf erkunden kann. Hier sind wir genau am Fuß oder mittendrin im Juraaufschwung und weil der Limes ja in seiner Ausbauphase am Schluss eine Steinmauer war, eine ein Meter Ticke Steinmauer, die heute noch in diesem Boden drin steckt. Deswegen sehen wir den Limes hier immer noch als Kante. Das obere Feld ist im Römischen Reich. Hier unten, wo wir stehen, sind wir schon im Barbaricum. Gerade hier nördlich von Weißenburg finde ich es so toll, dass man den Limes eben über weite Strecken in der Landschaft gut erkennen kann. Das ist auch einer der Gründe, warum ihn die UNESCO in die Welterbeliste eingetragen hat. Und er zieht sich gerade hier oben bei Burg Saarlach. Auf dem Hochplateau des Jura zieht er sich über Kilometer lang gerade durchs Land. Und an manchen Stellen sieht man auch, wenn gerade nur Gras wächst, dass wirklich der Schuttfall der Limes Mauer hier noch quer durch die Landschaft zieht. Am Ende unseres Spaziergangs sind wir jetzt in Burgos in der Halach, ein wenig südlich vom Limes. Das war ein Kleinkastell. Und das Besondere ist, dass bautypisch die Parallelen nur in Nordafrika vorkommen. Das zeigt, dass die Römer einfach über große Regionen agiert haben. Und es zeigt auch wunderbar, dass wir Teil eines großen Ganzen sind hier.